Auszeichnung im Kreis Recklinghausen Im Namen des Bundespräsidenten überreichte Landrat Kai Sübergrüb das Verdienstkreuz am Bande an Walter Dudler aus Mahl. Ausgezeichnet wurde Walter Dudler für sein jahrzehntelanges Engagement in den Bereichen Sport und Soziales. Seit Anfang der 70er Jahre engagiert er sich für verschiedene Sportvereine. Außerdem setzt er sich in Mahl für wohnungslose und benachteiligte Menschen ein. Der dreifache Vater war bis zu seinem Ruhestand als Bankkaufmann beschäftigt.